Bei dem ABBA-Projekt, mit unserem Stichwort Dancing Queen, dürfen wir mit lauten Kompanei und Volkan Katzner eine Fortsetzung machen von dem Time Travel Projekt, das wir jetzt vor Jahren hatten. Da ging es um Purcell und Beatles, um die beiden Komponisten zu verbinden, auf eine Art und Weise mit barocken Instrumenten und dem Saxophon, was theoretisch gar nicht passt, aber tatsächlich hat es erwiesen, dass es sehr gut passt. Und so als Vorsetzung, nun kommt Ramon mit ABBA und nun werden wir die gleiche Verbindung für uns erforschen, was ist gemeinsam, was kann man mit unseren Instrumenten machen, wie. Und die Musik wird uns führen zu einer Verbindung, das ein Experiment ist. Das war's. Besichtig. Und das war's. Dass ich mich nicht mehr so gut hinbegebe. Loser. Und das war's. Genau. Wobei, es ist nicht mehr so viele, also sei es. Aber ich habe mir schon gesagt. Dase bemüter, was ich nicht mehr so gut hinbegeuerte. Dase bemüter, was ich nicht mehr so gut.